Hallo, ich bin Schöntal und Horschul-Gäste. Ich möchte euch recht herzlich begrüssen. Ich komme heute mit einer ganz speziellen Anlegung an euch. Es geht ja so aus, dass wir hier in nächster Zeit noch nicht kennen werden, so richtig offiziell. Darum haben wir uns überlegt, wir machen einen kleinen Wettbewerb. Ihr könnt uns einen Film schicken, die Lust haben, an schöne Erinnerungen, die ihr an die Horschulzeit habt. Etwas Lustiges, was ihr in dieser Bar erlebt habt. Oder vielleicht irgendetwas Schönes, was ihr in Zukunft wieder erleben wollt. Eine neue Idee vielleicht. So, dass wir richtig vorbereitet sind, wenn wir allenfalls in der OpenAge aufmachen können. Schickt uns doch ein Film. Wir publizieren das bei uns auf der Homepage. Es gilt eigentlich als Wettbewerb. Es gibt ein paar Gurtscheinen zu gewinnen. Es gibt sicher eine coole Sache. Ich wünsche euch in diesem Sinn noch eine kurzweilige Zeit. Und hoffe, bis bald wieder OpenAge beim Ahorschul-Bier. Prost zusammen.